Zum Akkordeon-Festival in Wien gab es wieder einen Workshop mit Peter Michael Haas. Wir hatten das Motto Orchester für einen Tag. Wir bauen ein Musikstück ganz ohne Noten. Ja, das war für die meisten wirklich eine ganz neue Erfahrung. Schaut mal, so hat es ausgesehen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020